Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News heute. Heute mit einer richtig guten Nachricht. Dies ist ja das letzte vorgedrehte Video. Ich bin ja aktuell im Geburtstag-Osterurlaub, aber ich wollte, damit ihr nicht auf eure Videos verzichtet, das alles vordreht. Und jetzt ist dies das letzte Video und morgen am Dienstag zum 1. K4 um 8 bin ich wieder mit aktuellen Trash-News zurück. Jetzt habe ich für euch eine richtig gute Schlagzeile, über die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Und vielleicht kriege ich ja nochmal den ein oder anderen dazu, sich für dieses Format zu interessieren. Es ist aus meiner Sicht das beste TV-Format, was RTL seit langer Zeit produziert hat, nämlich die Verräter. Ein TV-Format, was letztes Jahr nicht allzu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, was ich sehr, sehr schade fand. Ich habe es richtig gerne durchgeschaut und nun wurde verkündet, die Verräter geht in die zweite Runde. Es wird eine zweite Staffel dieses Jahr geben und das ist legendär. Das ist super und da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und genau diesen Artikel werde ich euch zeigen. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch Danny, ich will nichts von die Verräter verpassen, dann fühle ich herzlich eingeladen, dich unserer mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Ich werde natürlich auch über die zweite Staffel von Die Verräter hier berichten, meine Lieben. Und zwar, es geht um diesen Artikel von der Watson. Die haben nämlich verkündet. Überraschende Detail zu Die Verräter. RTL Erfolg geht weiter. Mit Die Verräter importierte RTL im vergangenen Jahr erfolgreich ein Format aus den Niederlanden. Das Konzept 16 Promis treffen in einem Schloss aufeinander. Drei von ihnen werden als Verräter bestimmt und die anderen, genannt die Loyalen, müssen sie entlarven. Zitat Ende. Also es war so ein Katz-und-Maus-Spiel, was halt nichts mit Trash zu tun hat. Aber man muss auch dazu sagen, auch die Darsteller, die mit dabei waren, die gehörten aus meiner Sicht nicht unbedingt zum Trash-Bereich. Und das hat die ganze Sache dann auch nochmal so spannend gemacht. Die Verräter kommen regelmäßig zusammen und beraten darüber, welchen Loyalen sie ermorden. An einem runden Tisch erhalten die Teilnehmenden zudem die Möglichkeit, eine Person zu eliminieren, die sie für einen Verräter halten. Die Person, die die meisten Stimmen erhält, löst schließlich auf, ob sie ein Verräter oder ein Loyaler war. Nun steht fest, die Show wird bei RTL fortgesetzt. Womöglich dürfen sich Fans sogar gleich auf zwei neue Staffeln von Die Verräter freuen. RTL mehrere Optionen für Die Verräter. Gegenüber DWDL bestätigt RTL, dass Die Verräter fortgesetzt wird. Nach Informationen des Branchenmagazins soll der Sender derzeit sogar darüber nachdenken, dieses Jahr gleich zwei weitere Staffeln umzusetzen. Eine Möglichkeit, während eine Staffel auch ins lineare Programm von RTL wandert, könnte die andere ausschließlich beim Streaming-Dienst RTL Plus ausgespielt werden, um das dortige Angebot noch attraktiver zu machen. Zitat Ende. Also mir ist es erstmal wichtig, dass Die Verräter im Free-TV kommt. Allein wegen euch. Damit ihr es sehen könnt. Für all die, die nicht RTL Plus haben. Denn es ist einfach sehnenswert gewesen. Und die Einschaltquoten, ich sagte es ja schon, die waren nicht so gut. Desto mehr freue ich mich darüber, dass RTL wirklich dem Konzept weiter eine Chance gibt, um hier noch ein bisschen mehr Werbung dafür zu machen. Und für alle, die RTL Plus haben, kann ich nur die Empfehlung euch geben. Schaut euch das an. Das war so gut. Auch vom Dschungelcamp wird es dieses Jahr zwei Staffeln geben. Die Sommerausgabe wird in Südafrika abgedreht und zwar nicht als Live-Produktion. Das Publikumsvoting entfällt somit. Das neue Kapitel wird zunächst auf RTL Plus zu sehen sein, soll später aber noch ins lineare Programm wandern. Bei Die Verräter könnte der Sender einen noch radikaleren Weg einschlagen. Großes Geheimnis um Die Verräter. Informationen zum Cast der neuen Staffel von Die Verräter gibt es bislang nicht. Und dass RTL in besonders hohem Maße um Geheimhaltung bemüht ist, überrascht auch keineswegs. Könnte sich die Promis beispielsweise vor dem Start der Produktion absprechen, hätte dies verheerende Folgen für den Verlauf. Und das ist tatsächlich wirklich so. Würde man hier irgendwie miteinander Absprachen tätigen, das wäre für die ganze Spannung echt schlecht. Bei der ersten Staffel war es auch so, dass die, die teilgenommen haben, es mutmaßlich nicht wussten, als sie aufeinander getroffen sind. Das hat man bei Carina und bei Vincent gemerkt, die ja eigentlich gut befreundet sind, als sie sich dann plötzlich gegenüberstanden. Also das ist hier sehr, sehr gut. Ich hoffe, das ist so meine persönliche Meinung, dass RTL wieder Promis nimmt. Also wirkliche Promis. Jetzt hier nicht irgendwie so ein Gigi oder eine Valentina oder irgendwelche Trash-Teilnehmer. Nein, wirklich Promis. Promis mit jahrelange TV-Erfahrung, nicht Trash-TV-Erfahrung. Weil das Konzept hat für mich dadurch so gelebt, weil es einfach wirklich mal Leute waren, die halt wirklich durch Tatort, durch Filme, durch lange, lange, lange GZ-Asset stattgefunden haben. Und das fand ich halt gut. Laut DWDL könnte sich die Besetzung aber vornehmlich aus Promis speisen, die schon für mehrere Formate des Streaming-Dienstes aktiv waren. In Staffel 1 gewannen Anna, Carina, Wojciak und Vincent Groß als Verräter die Silberbahren im Wert von 46.500 Euro. Sonja Zidlow fungierte als Moderatorin. Bei Social Media wurde insbesondere der hohe Spannungsfaktor der Sendung gelobt. So mancher Promi stieß auch mental an seine Grenzen. Die Tatort-Schauspielerin Christine Urspruch etwa war überfordert, als sie zu den Verrätern überlief. Direkt am nächsten Morgen wurde sie von Princess Charming Star Irina schlauchhart angegangen und brach in Tränen aus. Das Problem Urspruch stand ohnehin schon auf der Abschussliste. Das als kleiner Hinweis, dass man halt auch quasi dann als Verräter oder Loyaler auch wechseln konnte. Und das war halt einfach super, also quasi als Loyaler zum Verräter werden konnte. Also dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel, das hat die Sendung für mich so, so toll letztes Jahr gemacht, dass ich mich tatsache immer gefreut habe, wenn die Folgen auf RTL Plus kamen und dann auch im TV. Ich habe mir das auf RTL Plus alles angeschaut und dann hier auf meinem Kanal auch Zusammenfassungen gegeben. Damals auch ohne Bildmaterial. Damals konnte ich auf RTL-Formate noch nicht reagieren. Deswegen habe ich das einfach alles mündlich zusammengefasst. Habe es aber versucht mit Bildern anschaulich zu machen. Schaut gerne hier bei mir den Kanal mal in die Verräter-Playlist, wenn ihr hier die Folgen euch auch noch mal anschauen wollt, denn es lohnt sich alle Male. Ich möchte aber trotzdem noch einmal kurz über die Promi-Frage mir Gedanken machen, denn für mich wäre, und das sagte ich ja schon, es ist schon wichtig, dass wir hier wieder wirkliche Propis mit dabei haben. Deswegen, ich habe immer so aus Spaß gesagt, wenn ich in einem TV-Format mitmachen wollen würde, denn bei die Verräter, alles andere interessiert mich nicht so sehr, aber da bin ich persönlich auch einfach viel zu unwichtig dafür. Und ich würde halt aber auch andere Trash-Teilnehmer als unwichtig dafür erachten. Denn es geht nicht darum, über Krawall Schlagzeilen zu machen, über irgendwelche Eskalationen. Darum geht es gar nicht. Diese Sendung, und das ist das, was mir daran so gefallen hat, ist die Spannung im Sendungskonzept. Das heißt also, es geht dann wirklich darum, zu wissen, und das weiß ja der Zuschauer, ob die Loyalen herausfinden, wer die Verräter sind. Und das ist das, was ich so spannend finde. Da braucht man keinen inszenierten Beef, keine Streitereien. Das braucht man alles gar nicht. Der Zuschauer fiebert schon bei ganz normalen Unterhaltungen mit, ob sich jemand verplappert oder nicht. Eine Szene, die ich nicht vergessen habe, es sollte Gift in einer Cocktail-Party untergemischt werden. Das war halt einfach nur Wasser, glaube ich, oder was anderes. Und dann, wer das trinkt, der ist halt dann ermordet worden. Und das war halt auch spannend zu sehen, wie die sich dann versucht haben, irgendwie dann abzusprechen und nicht, und dann die Gläser auszutauschen. Das war super spannend zu beobachten. So ein bisschen wie Chloedo im Real Life. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe mich wahnsinnig über diese Ankündigung gefreut. Habe mich darüber wirklich gefreut und wollte euch darüber unbedingt informieren. Normalerweise mache ich ja selten TV-Format-Ankündigungswerbungen. Ja, aber hier in diesem Fall ist es auch ein bisschen aus eigenem Interesse, dass ich euch diese Sendung ans Herz lege, meine Lieben. Das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, ich bin zurück. Morgen früh um 8 Uhr zum ersten Café mit den aktuellen neuesten Trash-News und bin froh, wieder aus dem Urlaub zurück zu sein, meine Lieben. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Tschüss.